Aber es sind immer die drei gleichen Leute, die sich immer vorher testen lassen. Ja, aber ich hab auch schon gesagt, ich hab schon gesagt, Danny macht momentan Transformationen zu Kai Pflaume. Bro, oh mein Gott. Dude, ich lag so im Bett. Oh mein Gott, jetzt muss ich eigentlich mal privat erzählen, was die Full Story ist. Aber ich lag auf jeden Fall im Bett. Oh Gott, ja, wenn die Story schon so anfängt und du mir sagst, die Full Story, die könnte mich nochmal privat interessieren. Und das geht den Chat nichts an. Okay, ich lag im Bett, Dicker. Den Rest könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Auf jeden Fall, ich lag im Bett. Ja. Ah, so. Gerade eine E-Mail geschrieben. E-Mail gerade abgeschickt. Warte, was? Nein, Bro, ob wir jetzt keine E-Mail geschrieben haben. Egal, auf jeden Fall, ich eine E-Mail gerade abgeschickt, ja? Wie? Also das muss ich jetzt nochmal... Warte, eine E-Mail. Aber, mhm... Okay, Digga, ich sag's einfach. Ich hatte Sex, okay? Was? Gerade fertig geworden, Dicker. Frühmorgens einfach so um neun oder so. Warum hast du mir das nicht erzählt? Digga, ruft einfach Kai Pflaume an, Digga. Ich vollkommen überfordert, einfach. Ey, ich glaube... Ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Aber deswegen ist halt, du könntest ein Kai Pflaume... Bro, ich hab so gekeucht, einfach so. So bin ich rangegangen, Digga. Es war so dumm. Ey, das ist keine italienische Flagge. Es ist... Oh nein, ich bin dumm. Ist es Portugal? Portugal? Also, es war so unter anderem. Ich wünsche mir deinem iर歌.